Wie würde ich mit Dropshipping starten, wenn ich noch einmal von Null anfangen müsste? Also welche Schritte würde ich befolgen, um schnellstmöglich ein konstantes und auch gutes Einkommen zu erzielen? Welche Fehler würde ich vermeiden und wie würde ich mich von der Konkurrenz abheben, um natürlich auch bessere Chancen beim Verkauf zu haben? Das alles möchte ich zusammen mit dir durchgehen in diesem Video. Ich habe sozusagen eine Roadmap erstellt, die alle Schritte einmal beschreibt. Ja, das Ganze vertiefen wir jetzt gleich einmal am Bildschirm. Das Ziel ist es einfach, dass du ganz genau weißt, was alles dahinter steckt, welche Schritte du alle befolgen müsstest, um dann tatsächlich auch langfristig erfolgreich zu sein. Am Ende des Videos bzw. am Ende dieser Roadmap stelle ich dir dann nochmal eine Option vor, die ich jedem empfehlen würde, der mit Dropshipping anfängt. Aber schau dir das Video einfach bis zum Ende an, dann weißt du, was ich meine. So, hier am Bildschirm siehst du jetzt einmal die Roadmap, also die ganzen Schritte, die wir jetzt gleich zusammen durchgehen. Und das Erste, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, ist das Mindset. Ja, also du hast den Begriff vielleicht schon öfters gehört, ist auch schon ein bisschen ausgelutscht, der Begriff. Aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Hätte ich früher auch nicht gedacht. Ja, früher dachte ich auch immer, okay, ich brauche jetzt nur den nächsten Tipp, den nächsten Trick bei Facebook-Ads vielleicht, um dann irgendwie profitabler zu werden. Aber nein, das Mindset ist wirklich auch entscheidend. Den ersten Punkt, den ich aufgeschrieben habe, visualisiere deine Ziele. Ja, also denke wirklich darüber nach, warum du das Ganze starten möchtest. Wie fühlt sich dein Tag jetzt gerade an und wie sollte er sich anfühlen im Optimalfall? Also du solltest das wirklich einmal visualisieren. Also möchtest du vielleicht etwas Monetäres? Ja, willst du ein schönes Auto haben? Willst du ein schönes Haus? Ja, willst du deiner Familie etwas bieten? Willst du der etwas zurückgeben? Ja, hast du einfach keinen Bock mehr auf deinen Chef, der dir auf die Nerven geht? Das alles solltest du dir einfach mal vor Augen führen. Ja, und immer wieder darüber nachdenken, wenn du mit dem Thema gestartet bist. Ja, also jetzt nicht nur unbedingt vorher, sondern auch wenn du schon damit gestartet bist, solltest du dir darüber Gedanken machen, warum du das Ganze denn angefangen hast. Weil das natürlich dann auch wichtig ist für deine Disziplin, für dein Durchhaltevermögen. Ja, und vor allem solltest du dir da auch positiv Beispiele suchen. Ja, also oft höre ich ja, es gibt ja schon so viele Leute, die haben alle Online-Shops. Wie soll ich mich da noch durchsetzen? Blablabla. Es gibt für jeden immer noch einen Platz. Der Markt ist riesig. Such dir einfach Positivbeispiele, ja. Guck dir zum Beispiel unsere Kundeninterviews an. Schau dir die ganzen Leute an. Die haben alle von Null gestartet und haben es dann auch geschafft. Ja, warum solltest du es nicht schaffen? Ja, warum solltest du nicht derjenige sein oder diejenige sein, die auch ein erfolgreiches E-Commerce-Business aufbauen kann, ja. Da brauchst du jetzt nicht unbedingt einen Universitätsabschluss oder Sonstiges. Sonstiges. Jeder Quereinsteiger kann sich damit was aufbauen, ja. Und deswegen such dir Positivbeispiele da draußen. Ja, du musst dir nicht nur unsere Interviews angucken. Schau dir auch andere an. Und da wirst du sehen, es gibt Leute immer wieder, die immer noch damit erfolgreich werden. Und genau das ist der Punkt. Es ist ein großer Markt. Es ist für jeden dort Platz. Und deswegen limitiere dich da nicht selbst, ja. Ein wichtiger Faktor ist vor allem auch das Umfeld, ja. Ja, das Umfeld entscheidet auch darüber, ob du erfolgreich wirst oder nicht. Bist du in einem Umfeld, wo sich alle Leute jede Woche nur besaufen, ja. Und nichts auf die Kette bekommen. Oder bist du in einem erfolgreichen Umfeld, ja. Wenn du nicht in einem erfolgreichen Umfeld bist, dann kauf dich ein. Dann kauf dich ein in ein erfolgreiches Umfeld. Ja, das geht. Wir haben auch gewisse Mentoren, ja, wo wir auch investiert sind. Wo wir selber viel Geld investiert haben, um in ein erfolgreiches Umfeld zu kommen. Ja, von daher limitiere dich da auch wiederum nicht selbst mit deinem eigenen Umfeld. Wenn du merkst, dein Umfeld tut dir nicht gut, ja, dann wechsel dein Umfeld. Ja, deinem Umfeld wird es vielleicht nicht gefallen. Aber du willst dich auch irgendwo weiterentwickeln. Und deswegen ist es da wichtig, dass du vor allem dann auch an dir selbst arbeitest. Stelle dir einfach immer wieder die Frage, möchtest du so weitermachen für den Rest deines Lebens? Bist du unglücklich in deinem Job? Hast du einfach keinen Bock mehr, deinem Chef in die Augen zu gucken? Dann ändere was daran, ja. Wenn du jetzt ein, zwei Jahre durchziehst, ja, dann kann es wirklich den Rest deines Lebens ändern. Und was ist besser, jetzt ein, zwei Jahre durchzuziehen und dann sein ganzes Leben damit zu verändern? Mit diesen ganzen Skills, die du dir vor allem auch aneignest, mit denen du auch dann Geld verdienst. Oder für 30, 40 Jahre jetzt weiterzuarbeiten und immer unglücklich zu bleiben, ja. Das macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Deswegen, wenn du etwas erreichen willst, ja, deswegen guckst du dir dieses Video ja hier auch an, dann solltest du diese ganzen Punkte beachten, ja, und wechsle in ein Umfeld, welches dich dann auch weiterbringt und dich nicht zurückhält, ja, dich nicht abhält von deinen Zielen. So, das zum Thema Mindset. Also das solltest du dir auf jeden Fall reinkloppen in deinen Kopf, ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, Punkt zwei, Produktsuche, ja, ein Punkt, der natürlich essentiell ist. Also das Produkt bildet ja natürlich das Fundament von unserem Erfolg, ja. Wenn wir ein schlechtes Produkt haben, dann will es keiner haben, dann verkaufen wir es auch nicht gut. Ja, deswegen müssen wir schauen, was für Produkte gibt es denn schon, die vielleicht gut laufen. Und das ist der springende Punkt. Wir suchen nach bestehenden Produkten, die gut funktionieren. Also nach einem Proof of Concept, ja, also nach einem Konzept, was bereits schon funktioniert. Also Produkte, die bereits schon erfolgreich verkauft werden. Wir suchen nicht nach Produkten, und da sehe ich immer wieder, dass dieser Fehler gemacht wird, wo wir selber denken, dass die cool wären, ja. Also du denkst vielleicht selber, dass die cool sind, aber du weißt ja gar nicht, ob die Masse das auch cool findet. Deswegen suche nach Produkten, die, ja, schon bereits funktionieren. Und das findest du beispielsweise in der Facebook-Werbebibliothek, ja, oder Meta-Werbebibliothek. Da kannst du zum Beispiel suchen in Deutschland, in den USA, in den UK, also in verschiedenen Ländern. Und du kannst dort beispielsweise, wie du hier in dem Screenshot siehst, einfach kostenloser Versand eingeben. Wenn du das machst, dann siehst du da ganz viele verschiedene Werbeanzeigen, die dir angezeigt werden, ja. Und da musst du dann einfach darauf achten, wie viele Werbeanzeigen sind das, ja. Was sind das denn wirklich für Produkte? Haben die Produkte einen gewissen Mehrwert, ja. Sind das denn Produkte, die nur nice to have sind, oder lösen die wirklich Probleme? Und sind Leute da wirklich bereit, ja, diesen Preis zu bezahlen, um vielleicht ihr Problem zu lösen mit diesem Produkt? Das alles solltest du dir da anschauen, aber du findest eine wirklich große, große Anzahl von Produkten in dieser Werbebibliothek. Ja, ganz, ganz wichtig, wie ich gerade schon gesagt habe, ist einfach, dass die validiert sind. Ja, validiert sind sie, ja, wenn du zum Beispiel einfach ganz, ganz viele Website-Besucher siehst, die du tracken kannst, ja, mit gewissen Tools, wenn du aber auch siehst, dass ganz, ganz viele Werbeanzeigen geschaltet werden von diesen Firmen, weil wenn viele Werbeanzeigen über einen längeren Zeitraum geschaltet werden, dann funktioniert das Produkt ja scheinbar, ne. Weil sonst würden die die Werbeanzeigen ja nicht schalten, sonst würden die auch nicht viele schalten über einen längeren Zeitraum, weil sonst würden die ja Geld verbrennen, das würde ja gar keinen Sinn machen, ne. Von daher, achte auf jeden Fall auf diese Punkte, auf diese Kriterien, das ist ganz, ganz wichtig und dann erstellst du einfach eine Liste, ja. Du erstellst eine Liste, so wie hier zum Beispiel einfach eine Excel-Liste oder ein Google-Sheet und da packst du die Produkte rein und danach priorisierst du diese Produkte. Das heißt, du schaust dir die ja nochmal an, also am Anfang füllst du die ganz stumpf da rein, danach priorisierst du die. Das heißt, du überlegst dir nochmal, okay, ist es wirklich nice to have, ist es jetzt nicht irgendwie ein Produkt, was wirklich ein großes Problem löst, ja, wo wirklich die Leute bereit werden, ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das dann zu analysieren, verschiedene, ja, Tools auch, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber das solltest du tun, ja, weil du würdest dann nach dieser Priorisierung die Produkte testen, später, ja, also im Marketing vor allem, würdest du dann quasi Werbung ausspielen und gucken, ob die Leute das Produkt auch annehmen, ja, aber zuerst einmal, um hier bei diesem Schritt zu bleiben, erstelle eine Liste, priorisiere das und danach, wenn du das gemacht hast, dann würdest du weitergehen zum nächsten Schritt und das wäre dann faktisch der Online-Shop, ja. So, was ist das Ziel von einem Online-Shop? Warum kaufen Menschen? Weil Emotionen ausgelöst werden, ja, das heißt, jemand schaut sich dieses Produkt an, sieht vielleicht erstmal die Werbeanzeige, landet dann auf dem Online-Shop und dann werden Emotionen ausgelöst, indem wir verschiedene Triggerpunkte in dem Online-Shop haben. Ja, das gehen wir einmal zusammen durch und zwar, das Erste, was jemand sieht, wenn er auf dem Shop ist, das ist jetzt einfach mal ein Beispiel-Shop, so, sieht jetzt erstmal so diesen Header-Bereich, das ist das Erste, was jemand sieht und das auch in der mobilen Ansicht, also auch immer beachten, die mobile Ansicht ist viel relevanter als die Desktop-Ansicht, ja, das ist ganz wichtig, viele gucken dann immer auf die Desktop-Ansicht, aber die meisten Leute sind mit dem Handy drin. So, hier haben wir jetzt die Desktop-Ansicht, gucken uns das trotzdem mal an. So, hier sehen wir jetzt hochwertige Bilder, ja, das ist der erste Punkt, du solltest hochwertige Produktbilder haben. Keine verpixelten Fotos, keine AliExpress-Asiaten-Bilder, ja, nichts gegen Asiaten, aber das hat dann schon den Anschein irgendwie, dass es irgendwie so ein China-Dropshipping-Shop ist, ja. Deswegen, das auf jeden Fall beachten, dass du diese Bilder nicht verwendest, erstmal, die vielleicht verpixelt sind, schlechte Qualität haben, das Produkt einfach nicht gut darstellen, aber du kannst Bilder auch selber gut in Szene setzen, ja, mit Canva zum Beispiel. Canva ist ein Online-Tool, damit kannst du Bilder sehr, sehr gut bearbeiten, auch in einer einfachen Art und Weise, du musst ja kein Experte dafür sein, du musst auch keine Vorerfahrung haben und kannst so die Bilder wunderbar besser darstellen, ja. Von daher, das solltest du dir dann unbedingt mal anschauen, um die Bilder dann einfach besser darzustellen. Wir sehen hier einen sehr hochwertigen Freisteller, ja. Dann sehen wir hier unten auch nochmal Bilder, die auch sehr, sehr hochwertig aussehen. Das sind natürlich eigenproduzierte Bilder, aber hier hast du auch eine gewisse Inspiration dafür, wie das aussehen könnte optimalerweise. Dann, wenn du Produktbilder hast, die geil sind, so, dann kannst du natürlich auch noch gucken, dass du ein geiles Offer hast, also ein gutes Angebot. Ein Offer quasi, was die Leute nicht ablehnen können, ja. Zum Beispiel könntest du ein kostenloses Produkt dazugeben, was den wahrgenommenen Wert erhöht von diesem Ganzen. Dann könntest du ein Bundle anbieten, ja. Wenn du jetzt nicht unbedingt ein kostenloses Produkt dazulegen möchtest, kannst du ein Bundle anbieten. Dann sagst, hey, kaufe zwei, bekomme ein drittes gratis. Oder kaufe eins, bekomme eins gratis, ja. Also, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber so ein Offer kann einfach dazu führen, dass du Erfolg hast mit deinem Produkt. Allein dieser Punkt ist schon wirklich wichtig und das ist ein Punkt, der wirklich sehr essentiell ist. Und du solltest ein Offer haben, wo die Leute sich einfach blöd fühlen, wenn sie dieses nicht annehmen. Ja, so gut sollte das sein. Außerdem ein wichtiger Punkt, Social Proof. Was bedeutet Social Proof? Einfach ein gewisses Vertrauen, ja, dass die Leute deinem Shop entgegenbringen. Und das machen sie, wenn sie einen sozialen Beweis sehen. So wie die Worte sagen, Social Proof, sozialer Beweis. Was ist ein sozialer Beweis? Wenn viele Leute positiv über dein Produkt reden, wenn du viele Kundenrezensionen hast, wenn gewisse Experten über dein Produkt reden und sagen, dass das Ganze funktioniert. Beispiel gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal an. Hier siehst du zum Beispiel oben in diesem Header-Bereich Bewertungen, ja, 5000 Stück. Das ist natürlich ein gewisser Social Proof. Dann Verknappung. Weniger Artikel verfügbar, limitierte Aktion. Ja, was meine ich damit? Du könntest auch auf deiner Produktseite dann nochmal, ja, nochmal die Aktion quasi darstellen beziehungsweise auch nochmal darauf aufmerksam machen, wie limitiert das Ganze ist. Dass es jederzeit ausverkauft sein könnte. Dass es bereits schon oft ausverkauft war. Ja, dass nur noch wenige Produkte auf Lager sind. Das Ganze könntest du machen, um denjenigen da einfach dazu zu bringen, einen Kauf schneller abzuschließen. Ja, du kennst es vielleicht selber, wenn du einen Urlaub buchst, ja, oder einen Hotel buchst oder einen Flug, ja, wenn da steht, ey, es sind nur noch zwei Sitzplätze verfügbar. Ja, dann buchst du das vielleicht auch schneller. Ja, ich selber hatte jetzt letztens erst das Ganze, weil ich habe einen Flug nach München gebucht. Ja, habe dann gesehen, ey, da sind nur noch zwei Sitzplätze. Natürlich habe ich mich dann beeilt, ja, weil ich mir dachte, okay, es kann ja sein. Ja, es kann sein, dass sie jetzt irgendwie hier ein bisschen labern. Es kann aber auch sein, dass es wirklich nur noch zwei Sitzplätze gibt. Von daher buche ich das Ganze jetzt erstmal lieber schnell, bevor die Sitzplätze dann weg sind, ja. Und deswegen, das Ganze funktioniert. Es funktioniert bei jedem. Und deswegen kann man das natürlich dann auch gut einbauen. So, dann kannst du die Vorteile natürlich erstmal gut darstellen. Das heißt, du solltest nicht einfach nur einen Text, einen riesenlangen Fließtext schreiben, sondern du solltest vor allem diese ganzen Vorteile auch mit Bildern darstellen. Ja, also das kann man immer ganz gut machen. Wie hier beispielsweise, ja, kein Vergleich mit Plastik, Hautschmeichler, Holz. So, und dann sehen wir hochwertiges Bild, ja, mit diesem Produkt, was aus Holz gefertigt ist, was ja auch ein Qualitätsmerkmal ist. Und ich finde, durch dieses hochwertige Bild wird es dann auch nochmal klargestellt, was für eine geile Qualität das Produkt hat, ja. Sieht wirklich ganz cool aus, das Bild. Auch cool gemacht mit diesen Zeichnungen. Und das zeigt ja auch einfach dann nochmal die Entwicklung vielleicht, ja. Aber das sorgt einfach dann wiederum für einen erhöhten oder höheren wahrgenommenen Wert, ja, weil das Ganze ja dann auch handgefertigt ist, aus Holz, sieht hochwertig aus, das Bild. Und das sorgt dann dafür, dass der Kunde dann auch eher bereit ist, mehr zu zahlen. Von daher immer beachten, Vorteile immer mit Bildern darstellen. Kein riesenlanger Fließtext. Es reicht, wenn du einen kurzen Text zu jedem Punkt hast. So, jetzt gucken wir uns dann nochmal den nächsten Punkt an. Echte Kunden zeigen, ja. Zeige echte Kunden. Wenn deine Kunden zufrieden sind mit deinem Produkt, ja. Oder wenn du Produktteste am Einsatz hast, dann zeig die doch einfach auf deiner Seite. Das sorgt auch für immenses Vertrauen. Keiner macht das, ja. Fast keiner macht das. Das ist so ein einfacher Punkt, den man einbauen kann in die Produktseite. Es müssen keine Videos sein. Es können auch Bilder sein von zufriedenen Kunden, die man einblendet. Die dann auch dafür sorgen, dass man natürlich diesem Produkt vertraut, diesem Shop vertraut. Und auch wirklich dann überzeugt ist, dass diese Lösung funktioniert. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so eine Faszienrolle habe, ja. Dann weiß ich ja jetzt gar nicht, funktioniert das wirklich. Ja, ist vielleicht ein bisschen Gelaber. Und wenn ich dann halt viele Leute sehe, die dieses Produkt testen und dann auch wirklich sagen, dass es funktioniert, dann bin ich vielleicht davon überzeugt. Ja, ich lasse mich davon beeinflussen. Und deswegen ist es auf jeden Fall auch eine gute Option, das Ganze einzubauen. Aber nicht nur Kunden, sondern auch Experten sorgen natürlich für Vertrauen. Ja, zum Beispiel hier in diesem Punkt. Von Therapeuten getestet und empfohlen. Ja, und dann haben wir da zum Beispiel den Ronald, ja, den Physiotherapeuten, der dann sagt, dass das hilft, ja, dass dieser Woodstick hilft, um verspannte Muskeln und Faszien wieder besser in Balance zu bringen. Ja, was auch immer das bedeutet. Aber der Ronald, der hat das bestätigt, der ist Physiotherapeut, der Florian, der ist Sporttherapeut. Und der Dominik, ja, der ist auch Physiotherapeut und die bestätigen das alles. Ja, und natürlich der Endkonsument, der sich das Ganze anschaut auf der Seite, der vertraut dem natürlich, ja. Der vertraut dem Physiotherapeuten oder dem Sporttherapeuten. Und das bestätigt einfach dann nochmal die Wirkung. Und dadurch habe ich ja ein geringeres Risiko erstmal, wenn ich dieses Produkt kaufe. Weil, wenn ich ein Produkt kaufe, wenn ich auf einer Produktseite bin, dann entscheide ich mich, ob ich es kaufe oder nicht, je nach Risiko. Also ich wäge immer das Risiko ab. Ist das Risiko hoch, wenn ich das Produkt bestelle, dass ich enttäuscht werde? Oder eher niedrig, dass ich enttäuscht werde? Und je mehr Beweise ich hier sehe, je mehr Experten, je mehr Kunden, desto eher glaube ich, dass ich ein geringeres Risiko bei dieser Bestellung habe, enttäuscht zu werden. Ja, und das sorgt einfach dafür, dass der Kunde den Kauf schneller abschließt, ja. Deswegen, schau auf jeden Fall, dass du das alles mit einbaust, ja. Dass das auf jeden Fall im Shop sichtbar ist. Genauso würde ich es auch machen, um natürlich dann auch eine gute Conversion Rate zu erreichen. Also um eine hohe Kaufrate im Shop zu erreichen, ja. Also ganz wichtig, die ganzen Emotionen müssen ausgelöst werden, weil der Mensch kauft aufgrund von Emotionen. Das schaffen wir aufgrund dieser Darstellungen im Shop. So, wenn der Online-Shop steht, was machen wir dann? Dann kommt natürlich das Marketing. Erster Punkt im Bereich Marketing sind natürlich Creatives. Creatives, hier ein Auszug nochmal aus der Werbebibliothek, sind Videos oder auch Bilder, ja. Also beides funktioniert ganz gut. Je nach Produkt kommt darauf an, wie erklärungsbedürftig das Ganze auch ist. Meistens sind Videos natürlich besser, weil man das Ganze besser darstellen kann, besser erklären kann. Ist halt ein Video, ne. Dann ist natürlich für so ein Video erstmal wichtig, jetzt nicht unbedingt die Videosequenzen, die wir da abfilmen, ja. Wie man so oft da draußen sieht, was da so erzählt wird, sondern natürlich der Werbetext. Der Werbetext ist wichtig. Das, was gesagt wird, das, was gezeigt wird, basiert ja auf einem Werbetext. Das heißt, erstmal gucken wir uns an, wer kauft dieses Produkt so und warum kauft jemand dieses Produkt? Das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen natürlich erstmal in die Zielgruppe eintauchen, ja. Wir müssen erstmal überlegen, okay, was sind das für Leute, die dieses Produkt kaufen? Weil anhand dieser Informationen erstellen wir ja dann die Werbeanzeige oder auch diesen Werbetext. Wir erstellen auch vorher schon die ganzen Texte natürlich im Onlineshop anhand dieser Informationen. Aber natürlich ist es hier auch sehr, 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 sehr wichtig einfach, ja, dass wir wissen, wie die Leute einfach ticken und warum die das kaufen. Das ist jetzt einfach ein Skript, ja, das ist ein Beispielskript, das haben wir jetzt mal hier geblurrt. Und da ist es einfach bei so einem Skript wichtig, dass man eine Hook hat erstmal, ja. Eine Hook, was ist die Hook? Das sind die ersten Sekunden von dem Video, ja. Ersten zwei bis drei bis vier Sekunden, wo du dann einfach quasi, ja, einen einleitenden Satz zum Beispiel verwendest, der quasi wie ein Haken ist, ja. Deswegen auch der Name Hook, wo jemand hängen bleibt. Und da sollte sich der Kunde identifizieren mit der Ad, ja. Ja, ich habe jetzt gleich ein Beispiel, da gehen wir darauf ein. Dann sollte es quasi noch eine visuelle Unterstützung des Textes geben, ja. Das heißt, das Bild sollte visuell auch den Text oder das Gesprochene darstellen. Und dann sollte natürlich das Problem oder die Lösung angesprochen werden, ja. Und das machst du zum Beispiel, indem du zum Beispiel bei dem Produkt sagst, hast du Verspannungen im unteren Rücken. Also ganz plump einfach die Leute ansprichst, die Verspannungen im unteren Rücken haben, ja. Also wir haben quasi jetzt die Identifizierung durch das Problem, ja. Also es gibt ein Problem, was wir ansprechen. Der Kunde identifiziert sich mit diesem Problem und am besten unterstützen wir das jetzt nochmal visuell, wo wir zeigen, dass sich jemand quasi den Rücken hält, ja. Und ein komisches Gesicht dabei macht oder so, ja. Das könnten wir machen und dann hätten wir eine gute Hook. So einfach ist das, ja. Das könnten wir natürlich variieren mit verschiedenen Zielgruppen, ja. Das wäre jetzt die Zielgruppe, die Verspannungen im unteren Rücken hat. Vielleicht gibt es dann auch noch Leute, die irgendwo anders Verspannungen haben, ja. Wer weiß wo, aber dann jetzt ein anderes Thema. Auf jeden Fall gibt es dann nochmal vielleicht Leute, die auch andere Probleme haben mit ihren Muskeln, ja. Das alles könnte man recherchieren. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Aber so könnte eine Hook aussehen, ja, als Beispiel. Dann gibt es nochmal den Body. Und da könnten wir jetzt nochmal schauen, ja, was da reingehört. Generell ist es so, dass natürlich alle Vorteile da dargestellt werden müssen, der Reihe nach. Das heißt, überlege dir, was hat das Produkt für einen Mehrwert für diese Personen, die das kaufen. Also wiederum, denk an die Zielgruppe, an deinen Avatar, den du vorher erstellt hast, bestenfalls, ja. Und da solltest du dann darauf die Vorteile abzielen, ja. Also überlege, was gibt es für Vorteile. Stelle die dann dar. Klapper die quasi ab in deine Creative. Dann sollte wiederum eine visuelle Unterstützung erfolgen, ja. Du erzählst da jetzt nicht nur irgendwas, sondern du zeigst es auch immer. Ja, also das ist ganz wichtig bei einem Video. Das ist ja der Sinn eines Videos, ja, dass man das zeigt. Das sehe ich aber oft, dass es nicht gemacht wird. Von daher ganz, ganz wichtig, das einfach beachten. Dann Social Proof. Wiederum, ja, gibt es Experten, gibt es Kunden, die zufrieden sind? Ja, gibt es irgendeine Omi, die gesagt hat, hey, ich habe jetzt meine Verspannungen, die ich 50 Jahre lang hatte, mit dieser Rolle gelöst, ja. Oder, oder, ja. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das kannst du natürlich dann auch mit einbauen, was dann auch wiederum dafür sorgt, dass der Kunde dem natürlich eher wieder vertraut, dem Ganzen. So, dann Einwände. Es gibt Einwände, ja. Viele Leute haben Einwände. Was ist ein Einwand? Es könnte sein, dass jemand denkt, okay, ich habe jetzt schon fünf verschiedene Faszienrollen ausprobiert. Warum sollte diese jetzt funktionieren? Das könnte ein Einwand sein. Er oder diejenige hat schon etwas ausprobiert. Es hat nicht funktioniert, ja. Ja, und deswegen kaufe ich das jetzt auch nicht, weil das wird auch nicht funktionieren. Das könnte man sich denken, ja. Aber dann könnte man sagen, ja, wir haben Kunden, die schon dies, jenes und dieses hier auch noch ausprobiert haben, aber unsere Faszienrolle hat diese, diese oder diese Funktion und deswegen funktioniert die. Ganz einfach, ja. Schon ist da einwand behoben und das könnte man dann auch mit einbauen in eine Creative. So, dann haben wir noch einmal den Call to Action. Und der Call to Action ist quasi einfach, ja, das ist das Angebot, was du vorliest, ja. Also, das ist dann das Voice-Over. Wenn du ein Voice-Over hast quasi in dieser Creative, also quasi den Werbetext, der vorgetragen wird, da kannst du dann quasi einfach das Angebot vortragen und dann noch eine gewisse Verknappung. Könnte zum Beispiel sein, hey, die ersten tausend Kunden, die sich das Produkt sichern, sichern sie sich das Produkt zum Einführungspreis, ja. Ja, das wäre eine Verknappung, also die ersten tausend Kunden kriegen nur dieses Angebot und, ja, die kriegen das auch zum Einführungspreis. Die nächsten zahlen dann nicht mehr deinen Einführungspreis, sondern das Doppelte, beispielsweise, ja. Das wäre ein Beispiel für ein Call to Action. Dann, wenn du dieses Skript hast, dann solltest du diese Videosequenzen selbst filmen oder filmen lassen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Du kannst das Ganze selbst filmen, wenn du sagst, du kannst Videos mit deinem Handy aufnehmen, du kannst dein Essen filmen, du kannst im Urlaub Videos machen, dann bist du auch in der Lage dazu, eine Creative abzufilmen tatsächlich, ja. Also, mehr brauchst du gar nicht, ja. Du musst jetzt keine besonders krassen Skills haben, sondern das reicht vollkommen aus. Wenn du aber sagst, hey, ich habe gar keinen Bock da drauf, ich möchte das nicht machen, dann kannst du es natürlich auch weitergeben an einen Creator und dieser Creator erstellt das dann für dich, ja. Aber ansonsten, du brauchst einfach nur ein Handy, ja, wie gezeigt, und dann noch CapCut. Zum Beispiel ist ein Schnitt-Tool, womit du das Video schneiden kannst, super easy, ja, musst einfach die Sequenzen dann reinpacken, kannst du dann schöne Schriften machen und so weiter, Voice-Over hinzufügen und fertig. Mehr ist das schon gar nicht, ja, und damit kann man sehr viel Geld verdienen, ja, so leicht kann es gehen. So, dann hast du quasi noch mehrere Plattformen, wo du die Werbung ausspielen kannst. Zum Beispiel Meta, zum Beispiel TikTok, und da ist es so, dass es natürlich auch ein bisschen aufs Produkt ankommt, wo du die Werbung ausspielst. Meta ist ein Kanal, den kann man immer verwenden, TikTok muss man immer schauen, was ist das für ein Produkt, ja. Natürlich, wie gesagt, sind da Kriterien auch wiederum wichtig, die wir von vornherein bei der Produktsuche aufgestellt haben, was für Produkte dort Sinn machen. Aber grundsätzlich wirst du diese Creatives da ausspielen auf diesen Plattformen, um dann sowas wie eine Gelddruckmaschine zu entwerfen, ja, weil du willst ja einfach nur 100 Euro reinstecken, 300, 400 Euro rausholen. Das ist ja das Ziel, was du hast und das machst du quasi mit diesen Plattformen, das funktioniert auch gut. Diese Algorithmen sind ja auch für dich da, musst du dir vorstellen. Die Algorithmen arbeiten für dich. Die wollen ja, dass du Geld verdienst, damit du noch mehr Geld da reinsteckst, das ist ja auch logisch, ja. Aber natürlich musst du dich da auch an die Spielregeln halten, ja, und das ist ein Fehler, den ich am Anfang zum Beispiel gemacht habe. Ich habe mich am Anfang nicht an die Spielregeln gehalten und wurde dann oft gesperrt, ja, und deswegen, bevor du Werbung schaltest, schau dir bitte diese Richtlinien an, damit du nicht dagegen verstößt und dann gesperrt wirst, weil dann kann es schnell vorbei sein, ja. Natürlich gibt es dann immer wieder Lösungen, ja, da haben wir auch immer wieder Lösungen, falls da was passiert, aber wenn du dich dran hältst, dann passiert auch nichts, ja, ganz einfach. Von daher auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um da einfach Stress zu vermeiden, um deine Nerven zu sparen, beschäftige dich damit. Dann wiederum, wie gesagt, einfach die Creatives dort ausspielen, das Ganze dann natürlich nach ein paar Tagen auswerten und anhand dieser Auswertung triffst du dann Entscheidungen. Ja, wie das Ganze funktioniert, das zeigen wir beispielsweise in unseren Trainings. Wenn du da Interesse hast, dann geh einfach auf www.leimits.de, kannst dich da für ein Erstbespräch eintragen, sprechen wir einfach mal und dann können wir schauen, ob wir dir da weiterhelfen können. Das wäre eine Option, wenn du das Ganze nicht alleine umsetzen willst, weil man da natürlich auch viel falsch machen kann. Ansonsten machen wir jetzt erstmal weiter. So, nächster Punkt, ja, wenn wir das Ganze ausgespielt haben, wenn wir merken, das funktioniert, wir machen Geld, ja, wir machen vielleicht auch schon fünfstellige Monatsumsätze, das wirklich konstant über mehrere Monate. Was ist dann der nächste Schritt, ja, was machen wir dann? Machen wir dann für immer weiter Dropshipping, wie das so jeder da draußen erzählt, ja, weil Dropshipping ja so geil ist? Nein, machen wir nicht, ja, sondern wir gehen dann weiter zum Branding, ja, warum machen wir Branding? Warum machen wir nicht für immer Dropshipping, weil es ja so geil ist, wie alle sagen. Ja, weil es ja dann doch nicht so geil ist, wie alle sagen, weil es dann irgendwann zu Problemen führt, ja, was sind das für Probleme? Du kannst vielleicht bei Paypal gesperrt werden, wenn du in den sechsstelligen Bereich gehst und so weiter und das Ganze dann nicht seriös aufbaust, wie gesagt, kein Lagerbestand ist und so, dann kann es sein, dass Paypal dich sperrt, weil du Dropshipping machst. Die mögen keine Dropshipper. Die müssen dich auch nicht unbedingt sperren, sondern du kriegst vielleicht dann irgendwann gewisse Holds, ja, du kriegst dann Beträge, die eingefroren werden, weil du halt Dropshipping betreibst. Vielleicht 20% vom Umsatz, vielleicht auch ein bisschen mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber das alles kann passieren, wenn du dann dauerhaft Dropshipping machst. Am Anfang ist es nicht schlimm, also mach dir da keinen Kopf am Anfang, da passiert nichts. Wenn du dann aber auf neue Sphären aufsteigst sozusagen, in neue Umsatzsphären, dann würde ich dir das nicht empfehlen, dann würde ich dir immer empfehlen, Warenbestand einzukaufen, ja, aufgrund dieser Probleme, ja, aber auch, weil du dann eine bessere Marge hast. Das ist ein weiterer Punkt. Wenn du ein Produkt einzeln kaufst bei einem Lieferanten, dann ist es natürlich teurer, als wenn du 1.000 kaufst. Ist doch klar, ja, wenn du 1.000 kaufst, ist es günstiger und dann kannst du natürlich, hast du eine bessere Marge, du hast mehr Gewinn, du hast mehr übrig am Ende des Tages. Von daher, das ist ein weiterer Punkt, weshalb es wichtig ist, dann hast du natürlich noch eine bessere Lieferzeit, baust dir einen Firmenwert auf und so weiter. Das sind noch weitere Vorteile, aber das sind die wichtigsten. So, das heißt, mehr Marge, höhere Value, höhere Wert später von deinem Unternehmen und dann müssen, dafür müssen wir natürlich erstmal einen Hersteller finden, das Ganze importieren. Wir müssen, können dann natürlich eine Marke so aufbauen, ja, können dann mit einem eigenen Lager versenden oder mit einem Fulfillment Center. Ich würde dir empfehlen das Ganze dann, weil viele denken ja, man müsste dann ein Lager aufbauen, man müsste den ganzen Tag Pakete packen, wie das auch jeder wieder so aus und so erzählt. Ja, wenn ich importiere, muss ich ja alles selber packen und so, ist ja voll der Nachteil, Dropshipping ist ja viel geiler. Nein, das musst du nicht, ja, es sind einfach Vollidioten, die sowas sagen. Du kannst die Produkte importieren in ein Fulfillment Center. Zu einem Dienstleister, der das für dich verschickt. Das heißt, du hast nichts damit zu tun, hast aber eine geile Lieferzeit und mehr Gewinn. Wow, so einfach kann es gehen, ja. Dann hast du natürlich noch die Möglichkeit, ein Team aufzubauen irgendwann, wenn du sagst, okay, ich habe jetzt sechs Stellungssätze. Ja, wenn man so in die Zukunft schaut, da baue ich ein Team auf mit vielleicht Leuten, die Werbung schalten für mich, also die quasi die ganzen Ads betreuen oder Leute, die den Kundenservice regeln, die E-Mails schreiben und so weiter. Das alles gehört dazu, ja. So, dann hast du natürlich kaum Risiko, die Produkte zu importieren oder irgendwie darauf sitzen zu bleiben, weil deswegen startest du ja Dropshipping, weil du nicht darauf sitzen bleiben willst auf diesen Produkten, ja, wenn das nicht funktioniert. Das ist ja auch gut so. Das ist ja auch unser Sprungbrett. Aber später wollen wir das ja importieren, ja, weil wir das ja dann schon gemerkt haben, dass es funktioniert. Wir haben den Proof of Concept und deswegen wollen wir das dann ja auch machen, weil es kaum Risiko gibt. Also wir wissen ja, es lief ja jetzt die letzten Monate, dann ist es auch sehr wahrscheinlich, dass es weiter so geht, ja. Deswegen können wir, wir importieren jetzt auch nicht containerweise, sondern wir können einen gewissen Bestand importieren und können dann quasi das Ganze versenden lassen aus dem Land, aus dem Inland. So, deswegen haben wir da kaum Risiko. Wir werden dann nicht darauf sitzen bleiben, sehr wahrscheinlich. Dann, warum noch? Warum sollten wir eine Brand aufbauen? Warum würde ich das auch wiederum wieder, immer wieder so aufbauen? Ja, ich habe es in den letzten Jahren immer wieder so gemacht. Warum würde ich es wieder so machen? Weil ich den Shop dann auch verkaufen könnte, ja. Ich könnte dann einen Wert schaffen wieder. Kein Mensch kauft einen Dropshipping-Store, ja. Wenn dir da Leute erzählen, ja, du kannst deinen Dropshipping-Store verkaufen. Ja, da ist ja keine Brand hinter, da ist ja auch keine Community hinter, hinter einer Brand, hinter einer richtigen Brand, ja. Jetzt nicht so eine Pseudo-Brand, aber hinter einer richtigen Brand steckt ja auch wirklich was, ja. Da gibt es Bestandskunden, da gibt es eine Community und das hat einen gewissen Firmenwert, ja. So, wie wir hier jetzt sehen, Flipper ist eine Seite, da kann man sich Online-Shops raussuchen, kannst du dir gerne mal angucken, die man kaufen kann, ja. Da sind so einfach so Kaufanzeigen. Hier haben wir zum Beispiel eine Brand, die macht schon echt gute Profits. Hier hast du zum Beispiel 128.000 Euro pro Monat. Ja, verkaufen die jetzt für 1,8 Millionen Dollar. Das könnten die jetzt nicht machen, wenn die Dropshipping machen würden, ja. Dann wäre es nicht so viel wert. Das ist dann auch der Weg, den ich dann auch später gehen würde. Das heißt, wenn ich ein Produkt validiert habe, dann würde ich tatsächlich dann auch da hingehen, das Produkt importieren. Ich würde es nicht selber versenden, das sind super Kopfschmerzen, kann ich dir sagen. Wir haben es selber eine lange Zeit gemacht. Würde ich nicht mehr machen. Ich würde direkt mit einem Fulfillment-Center zusammenarbeiten, die das Ganze versenden. Aber das alles, das ist der komplette Weg, wie ich das Ganze starten würde, wie ich das wieder von neu aufbauen würde. Natürlich muss man da auch sagen, der Teufel steckt natürlich im Detail, ja. Ich habe dir diesen ganzen Weg hier mal erläutert. Natürlich gibt es hier und da immer wieder Stolpersteine, was man natürlich so hier nicht aufführen kann. Das würde den Rahmen sprengen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte das Ganze zusammen mit jemandem durchziehen, wie gesagt, kannst du dich gerne an uns wenden. Wir haben das schon mit ganz, ganz vielen Kunden bewiesen, dass die damit erfolgreich geworden sind, auch in der letzten Zeit. Schau dir gerne unsere Ergebnisse an. Das Ganze ist super lukrativ. Heute immer noch. Wir beweisen es immer wieder. Nicht nur selbst, sondern auch unsere Kundenerfolge. Und wenn du da Bock drauf hast, dann melde dich gerne bei uns. Dann können wir gerne einmal sprechen zeitnah und schauen, ob das Ganze auch was für dich ist. Ja, ob du auch zu uns passt. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn du diesem Video hier ein Like da lässt, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib mir auch gerne bei Instagram. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Olli. Ciao. Dein Olli. Dämmen. Dein Olli. Dämmen. Dein Olli. Vielen Dank.